Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Conway Disappearance at Dahlia View. Ja, wir sind weiterhin auf der Suche nach dem richtigen Schiff für das Kryptex. Einen achtstelligen Code brauchen wir, um das Kryptex zu entschlüsseln. Haben wir in der letzten Folge schon mit Lady Doa gesprochen und die hat uns gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich einfaches Rätsel. Man nimmt die ersten 13 Buchstaben des Alphabets und tauscht sie mit den letzten 13 Buchstaben des Alphabets. Und wir haben da oben auch schon mal eine Übersicht, aus dem A wird ein N, aus dem B wird ein O, aus dem I wird ein V und so weiter und so fort. Wir brauchen jetzt aber nur noch das richtige Schiff. Und da hinten gibt es ein Foto von Lord Doa mit einem schönen Bötchen und genau das hier haben wir da auch. Und blöderweise sehen wir da nicht von der Seite, was auf dem Schiff draufsteht, vielleicht von hinten. Ah, HGV Duel. Eine von Lord Doa Modellen, ein Mann von Talent. Na, schau mal eine an, da haben wir es glaube ich. HGV Duel. Lord Doa war ein passionierter Modellbauer. Seine Modellschiffe und Häuser sind beeindruckend. Okay, okay, okay. Und bei der Lady gibt es auch was. Da gibt es einen ganzen Raum von teurer Sachen. Sie hatten alles, was man sich für Geld kaufen kann, außer ein Kind. Denn das gab es nicht mehr. Okay, da haben wir das richtige Schiff. Das ist definitiv das richtige. Hundertprozentig. HGV Duel. Okay. Hätten wir auch selber drauf kommen können, dass man vielleicht von der anderen Seite gucken kann. So, das heißt, einmal das Inventar öffnen und dann gucken wir mal. Das heißt, wir brauchen ein W. Hier, wir drehen das Ganze jetzt eigentlich, inspizieren. Achso. Irgendwas steckt fest übrigens. Das hier. Jewel. Das passt schon. Das ist das E. Das passt. So. HTV. Das heißt, das hier muss ein U sein. Dann aus dem T wird ein G. HTV. Ein I. Und Dual. Ein W. Das steckt fest. Das ist das I. Da kommt auch das I. Also das R natürlich, meine ich. J. W. Das J. Und ein L. Das Y. Gotcha. Also das Boot heißt, HTV Duel oder UGV. Das kann man auch so nennen. So. Ablagefach. Liegt jetzt was drin? Ah, das können wir das Ganzes rausnehmen. Cool. Another key. Und da liegt was drin. Das ist für die Servants Quarters. Natürlich liegt der da drin. Eh klar. Na gut. Sie hat ja das immer gespielt mit ihren Dienstmädchen früher mal. Also vielleicht ist das so eine Art Ersatzschlüssel. Das kann natürlich sein. Servants Quarters. Na gut. Sehr schön. Cool. Geiles Ding. So lala. Und jetzt kommen wir hier in mich auch rein. Hand in Hand geht's weiter. Und jetzt können wir hier auch nach drin gucken. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Uiuiuiui. Quartiere der Bediensteten. Ai, 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 ai. Na da geht's mal wieder los. Was haben wir denn da Schönes? Hallo. Es rastet ein. Hilft uns halt nun nix. Vorerst zumindest. Na gut. So. Na schauen wir mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Der einzige Raum, in dem wir bisher noch nicht drin waren. Was gibt's denn hier Schönes? Das ist eine Glückskarte. Lady Doer. The Pain Lady. Mhm. Death's Shadow. Ja, vielleicht ist es auch Lord Doer. Wer weiß das schon? Und das Kind. Innocence. Charlotte May. Ja, natürlich. Ich bin kein Experte. Aber das sieht nicht gut aus. Natürlich. Das ist Charlotte May. Eh klar. Ach, der Mann. Curiosity. Na, guck mal eine an. Das sieht irgendwie ein voll geiles Bild aus mit den Skeletten hier. Die Skelettkatze mit den ausgekratzten Augen. Hat was sehr Interessantes, dieses Bild. Hm. So, da hinten sehe ich schon mal einen Brief. Aber wer? Marion. Ich hab nicht viel Zeit. Ich wollte dir nur für den Fall schreiben, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Ich musste leider berichten, dass etwas Furchtbares passiert ist. Als Lord Doer aus dem Haus war, hab ich mich wie immer mit Lady Doer unterhalten. Wir hatten sehr viel Spaß beim Stricken und beim Ausprobieren ihrer verschiedenen Knoten. Sie hat es sogar geschafft, die ganze Mittelreihe zu meistern. Das war wirklich schön mit anzusehen. Du weißt ja, wie lange sie das geübt hat. Aber gut. Nach einer Weile hab ich sie gefragt, ob ich ihr Tarotkarten legen dürfe. Das war ihr erstes Mal. Daher war sie wirklich aufgeregt. Allerdings nahmen die Dinge eine schlechte Wendung, als ich die erste Karte gezogen habe. Es war nämlich... Hm. Eine gute Frage, was das war. Ich würde mal vermuten, das kippt. Ein Zigaretten, ne Tui? Könnte theoretisch von ihm stammen, mit dem Schiff da oben drauf. Es ist ein Schade, dass etwas so schönes zu verbrauchen wird. Aber ich will die Karte von der Tür öffnen. Ah. Metallhaken. Wobei Zigaretten würde ja der Ding da unten auch rauchen. Unser Vermieter. Mr. Levy. Sehr gut. Natürlich wieder alles mit. Eh klar. Oh, die Postkarte. Sehr schön. Also die Briefmarke meine ich natürlich nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Briefumschlag, aber ohne Brief. Na gut. Ein Spiegel. Hübsch. Sieht man halt nur nix. Kerzenhalter. Mhm, 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 mhm. Eine Tasse haben wir da oben. Ich guck mir jetzt immer alles ganz genau an, ob vielleicht irgendwo ein Code oder sowas draufsteht. Wer weiß, was sich die hier einfallen haben lassen. Aber da ist nichts mehr. Eine Zahnbürste. Ja, da pickt sogar noch die Zahncreme drauf. So, und da oben können wir eh nicht mehr gucken. Na gut, na gut, na gut. So. This room hasn't been opened in the US. Aber damals wollte anscheinend irgendjemand hastig abhauen. Die Tapete an der Wand hat ihre besten Tage auch schon hinter sich. Die ist schon ein bisschen modrig. Hm. Aber was ist denn passiert damals mit dem Kinderm- äh, oder mit dem Dienstmädchen? Hat die die einfach rausgeschmissen, weil sie dir die Karten gelegt hat? Alle ihre Sachen sind noch hier. Die Kleidung und so weiter und so fort. Aber warum das Ganze? Nur wegen den Tarotkarten, da kann man glauben oder eben nicht dran glauben. Das bleibt einem ja selbst überlassen. So, die Kamera dreht sich. Cool. Ja, toll. War sehr gut zu steuern mit der Maus. Man kann das ja umstellen. Ich weiß, dass man quasi einmal draufklickt. Und das Ganze funktioniert dann. Aber wir bekommen das schon hin. So. Ah. Jetzt sind wir ja wieder hier. Oh. Wollten wir hier sein. Metallhaken. Also, da konnten wir ja gar nichts benutzen damals. Das war, glaube ich, da vorne irgendwo. Ich dachte, da gibt es jetzt irgendeinen Geheimraum oder sowas. Die Schublade wollten wir damit öffnen. Genau. Hallo. Geht gar nicht. Wie? Ah, aber mit dem Messer funktioniert es. Na, gucken wir mal. Der hat was uns sehr hart. So, aber wozu brauchen wir dann das andere Ding? Ein weiterer Brief. Und diesmal lesen wir den zuerst, bevor er damit irgendwelche Kommentare abgibt. 9. April 1912. Lange ist's hier. Mrs. Dörr. Es tut mir aufrichtig leid, aber ich kann das Formular, das sie mir geschickt haben, nicht unterzeichnen. Auf persönlicher Ebene wünsche ich Ihnen und Ihrem Mann nur das Beste. Aber als Arzt muss ich ablehnen. Ich habe mich bereits an Spencer and Holm gewandt und Ihnen mitgeteilt, dass ich sie als emotional zu labil einschätze. Leider bedeutet dies, dass sie die strengen Anforderungen nicht erfüllen. Vielleicht können wir uns persönlich treffen und dies in Ruhe besprechen, sobald ich von meiner Reise nach Amerika zurückgekehrt bin. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung, Dr. Ambrose Chappell. Es geht um den Kinderwunsch. Von 1912. Oh, ein weiterer Schlüssel. Ne, eine Haarnadel. Auch okay. Nehmen wir mit. Aber wohin denn mit all den Sachen? Eine Haarnadel. Wo passt die denn jetzt wieder rein, sag mal? Weil hier kann man ja komischerweise überhaupt nichts tun. Guck mal, weder mit der Haarnadel noch mit irgendeinem Schlüssel. Da kann man lustigerweise nämlich überhaupt nichts anklicken. Das finde ich ein bisschen kurios. Weil ja das hier schon aussieht, wie wir was öffnen könnten. Aber was sollten wir denn noch öffnen? Wir haben ja alle schon aufbekommen. Mir würde jetzt nichts mehr einfallen, muss ich zugeben. Hm. Sollen wir nochmal ein bisschen durch die Gegend schauen? Was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Information. Da kommt anscheinend noch was. Bei einem Modellbauer. Modellschiffe und Häuser sind beeindruckend. Vielleicht fehlt beim Haus noch irgendwas. Wobei ich nicht genau weiß, was wir hier... ...noch anfangen können. Hm. Okay, da kann man den Tisch... ...wieder einklappen. Hm. Was wird denn mit dem jetzt? Man, hier kann es ja unmöglich noch was geben. Und ich weiß auch nicht, ob wir da drin überhaupt noch irgendwas finden müssen. Ha. Okay, wir gucken mal auf die andere Seite. Vielleicht haben wir dort ja noch irgendwas vergessen. Ich weiß es leider gerade gar nicht. Mussten wir da noch irgendetwas öffnen? Wir haben hier die Spielzeugeisenbahn. Können das Ganze aber nur angucken. Also da können wir nichts tun. Das heißt schon mal, hier ist Ende im Gelände. Und da draußen war ja auch nichts mehr zu tun. Hm. Hallo. Da haben wir, glaube ich, damals die Briefmarke gefunden. Wir haben eine Haarnadel dabei. Aber was soll man denn mit dem ganzen Zeug hier anfangen, sag mal? Können wir die nochmal quatschen? Geht leider auch nicht. Hm. Die Gewichte und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch dabei haben. Naja, teilweise schon. Das Kryptex haben wir auch erledigt. Den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Metallhaken und Haarnadel. Was machen wir mit diesen zwei Dingen? Das Ding da haben wir angezündet. Was auch immer das für einen Sinn hat, weiß ich nicht. Hm. Hm, 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 hm. Der hat gesagt, bei irgendeinem Fenster will er was mit der Haarnadel tun. Aber was? Können wir das Ding vielleicht auch anzünden? Nee, das sind nur die Knoten, glaube ich. Na, wobei. Wir können es anzünden. Da wird bestimmt eine Errungenschaft oder so. Was bekommen wir, wenn wir da alle Lampen anzünden, die wir anzünden können? Ob es was bringt? Ich denke eher nicht. Das haben wir uns ja auch schon angesehen. Da konnten wir ja nichts mehr tun. Interessant, Freunde. Interessant. Aber da konnten wir noch nicht rein. Da hat uns irgendwas gefehlt bis jetzt. Aber was? Die Haarnadel nicht. Und das Ding auch nicht. Hm. Da ist eine Lampe. Hm. Ich glaube, wir stehen mal wieder an. Es ist immer einmal, glaube ich, pro Runde oder einmal pro Haus, dass wir irgendwo anstehen und nicht mehr genau weiter wissen, was wir denn jetzt als nächstes tun sollten. Das hier können wir anmachen. Bringt das irgendwas, die Lampen anzuschalten? Ich kann es mir nicht vorstellen. Außer vielleicht wirklich eine Errungenschaft oder sowas. Das geht natürlich schon. Aber da haben wir ja, denke ich mal, alles mitgenommen. Vor allem das wird hier brennen, ohne dass es irgendjemand ausschaltet. Das heißt, irgendwann mal fackelt die gute Frau hier ab. Denke ich. Wenn es hier brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Hm. Und da kommen wir wieder zurück. Zurück in den großen Raum. Können wir da vielleicht irgendwas tun? Nee, nur von A nach B rodeln. Interessant. Was haben wir übersehen? Was können wir mit den Dingern tun, die wir jetzt da gerade gesammelt haben? Was ist los? So, hallo? Ach, geht gar nicht mehr, oder was? Okay, wir kommen da nicht mehr durch anscheinend. Ermittlungen beenden. Toll. Das war nur so ein One-Way-Use, so wie es aussieht. Na, Glückwunsch. Was haben wir übersehen, Freunde? Wo müssen wir hin? Was machen wir mit der Haarnadel? Was machen wir mit dem Ding aus dem Zigaretten-E-Tree? Was können wir hier anfangen? Wie können wir denn diesen Hebel dort betätigen? Was ist das Rote an der Wand? Nix. Mit dem müssen wir ja irgendwas tun können. Hm. Aber was? Wir haben mittlerweile so viel Zeug dabei. Was tödert sich eben auch überhaupt nichts oder so? Weiß ich nicht. Und wir können hier auch sonst nirgendswohin gucken, außer auf den Hebel eben genau. Hm. Interessant das Ganze natürlich. Sehr, 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 sehr interessant. So, mal gucken, wie es da hinten mit der Lampe aussieht. Die können wir bestimmt auch wieder anschalten. Ich mach das jetzt einfach mal spaßhalber. Einfach nur, damit das funktioniert. Hm. Die Boote haben ihren Zweck erfüllt. Die sind einfach dazu da. Damit wir nicht unbedingt sofort das erste Boot, also dass das erste Boot das richtig ist. Beim Klavier vielleicht? Da haben wir auch noch nix machen können bis jetzt. Aber da hab ich auch noch keinen Platz gefunden, um irgendwo drauf zu drücken. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Öffnen können wir nix. Das Boot könnten wir uns vielleicht anschauen. Das ist aber auch die einzige Sache. Und natürlich die Lampen anschalten. Und das hier hätten wir eher nach einem Geheimgang ausgesehen. Nicht irgendwie da hinten. Der Goldraum. Aber was wir hier tun sollen? Große Frage. Selten kommt's vor, dass wir irgendwas anschauen können, aber wirklich gar nix tun. Und das ist ja auch die Lampen. Hm. Gibt's im Goldraum vielleicht auch irgendwas Spannendes, das wir übersehen haben, möglicherweise? Ich mein, möglich ist natürlich alles. Aber das dient wahrscheinlich eher der Waage, dass wir die mal kennenlernen. Den Brief haben wir gelesen, glaube ich. Hoffe ich. Äh. Ja, natürlich. Hm. Also das hat eigentlich schon den großen Lisa einen Zweck erfüllt. Das einzige, wie gesagt, wo wir nicht reinkommen, ist das hier. Weil wir da gar keine Möglichkeit haben, irgendwas anzuklicken. Genauso wie nicht hier. Das einzige, das wir anschauen können, ist der Kerzenständer. Nur der wird uns wohl nicht helfen. Und wir können hier irgendwas mit dem Inventar tun. Wir können aufs Inventar zugreifen. Das muss ja schon mal irgendwas zu bedeuten haben. Aber was? Was, 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 was? Das einzige, das wir angucken können, ist der Kerzenständer. Das kann ja gar nicht sein. Hm. Ah. Da hat uns ja was noch gefehlt. Na, guck mal einer an. Nach 100 Jahren komme ich auch mal drauf. Da hat uns ja noch was gefehlt. So. Äh. Das ist ja der Sackgasse. Glückwunsch. Das hat ja super funktioniert. Okay. Let's begin again. Ja, die Rätsel werden mittlerweile schwieriger. Wir sind halt eben auch schon seit einer Weile dabei. So. Achso, müssen wir gar nicht halten, oder doch? Nee. Sehr gut. Normalerweise musste man immer die Tastenkombination gedrückt halten, bis wir fertig waren. Da geht's los. Ja, die Rätsel werden schwieriger. Ups. Na, wobei, das war noch ganz easy. One down. One to go. Okay. Funktioniert. Deswegen brauchten wir die Dinger. Na, interessant, Freunde. Sorry, da musste ich jetzt erstmal wirklich ein bisschen überlegen. Das ist mir jetzt nicht gleich in den Sinn gekommen. Und ich vermute mal, das geht auch hier wieder irgendwo in der Mitte los. Genau, einmal Q. Und dann haben wir da unten schon das Richtige gefunden. Ich bleib jetzt gleich mal auf dem inneren Zirkel. Und B. So. Und jetzt ist die Schatulle offen. Und wir finden schon wieder einen Schlüssel, einen verschnörkelten Schlüssel diesmal. Mhm. So, und es geht mal wieder zu Lengidon, um sie über etwas zu befragen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass dieser Schlüssel genau hier passen wird. Nur kommen wir da noch nicht rein, weil wir noch nicht mit ihr gesprochen haben darüber. Und genau das holen wir nach in der nächsten Folge. Tut mir leid, ich kann mich nur entschuldigen, dass das Ganze hier gerade ein bisschen länger gedauert hat. Ich wusste nicht, dass das hier ja noch am Fensterbrett steht. Das habe ich vollkommen vergessen. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall wieder hier. Wir können in der nächsten Folge mit dir quatschen. Und genau das werden wir auch tun. Danke dir fürs Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von Let's Play Conway Disappearance and Daily Review. Bis dahin. Tschüss.